Die Welt der Neuerscheinungen und ich bin dafür da, diese zu testen. Viel Spaß mit dem Video und lasst doch gerne ein Abo da. Einen wunderschönen, meine sehnlosen Fleischstückchen. Ist ein Horrorgame. Repent. Der Sound loopt sich. Ich habe es jetzt schon leiser gedreht. Ich weiß nicht, ob das irgendwie helfen wird. Aber ich wünsche uns mal ganz viel Spaß. Bitte lasst ein Like und ein Abo da. Ich gehe wirklich durch die Hölle. Und ich bewahre euch vor sehr vielen Spielen, die vielleicht interessant klingen, aber Kernkacke sind. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass das hier passieren könnte. Deswegen gibt es guten Content, besseren zumindest aus Twitch.tv. Ist das sehr sehnlos. Bitte schaltet da unbedingt mal rein. Und ja, ich habe gerade gepfiffen, Ranzratte. Do you want to start a new game? Ja, ich habe doch auch, ich kann doch, ich habe doch nichts zum Laden, Alter. No save is, nee. Oder Repent. Mit dem Kreuz. Geil. Before we start, there are a few things that you must consider while playing. Diarrhea. Entries will appear in the middle of the right. Sight as you play, giving you information about what to do next, as well as the protagonist, Grant Thub. The insanity indicator will appear over the, oh god, insanity ding. Oh ja, cool, cool, cool. It's a cold and dark night in the city. I'm Batman and your shift starts soon. It's your first day, the first day of many. You think to yourself. But enough of that. Thinking does you no good. Chin up, officer. I can't be that bad, right? It can't be that bad, right? S-Rocket. Das ist, das ist meine Taschenlampe. Ich. Resident Evil, ja? Nur im Beschissen. Morgen. Safe. Yes. Alright. Wir können es ein bisschen lauter machen, einen Moment. Hey. Kobi, na? Good evening, sir. Scout mit Dougal. Sorry. Good evening. Can I help you with something? Allow me to introduce myself. Tell me about yourself. Any news around town? Quite a lot, actually. You should get yourself a newspaper and take a look. I don't know what happened of this town. It used to be decent and quiet. Okay, 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 halt dein Mauer, Junge. Wer möchte denn so viel lesen? Verpiss dich, Scott. Ich geh jetzt. Verpiss dich. Ist das newspaper? Kacke hier. Welcome to the night shift partner. Sorry for the not welcome you personally. Had some last minute stuff I had to look into. Anyways, we find a small list of tasks over at the service room. Ja, 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 ja. Ach man, ey, mal dieses Telefon. Was denn? Hallo Travis, kannst du mich hören? The voice resumes, Travis, it's Whiskas, he's gone again, the damn cat keeps living in the apartment. Moment, Katze, irgendwas um eine Katze verfickte Scheiße, wieso machst du das denn mit so einer Dreckstimme im Hintergrund, da wirst du doch wahnsinnig, wo soll denn das gruselig sein? Ich kack mir ja schon ein, wenn ich überhaupt das Spiel sehe, pick up. Sir, wollen sie das haben? Oh nein. Nein, 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 nein. Hab ich den Inventar? Nö, natürlich nicht. Geil. Mach das wieder aus. Es geht nicht. Oh, ja, doch. Okay. So, was, 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 was soll ich jetzt damit? Hallo. Hallo. Good day. Ja, Telefon muss der andere jetzt mal machen, der sitzt ja auch noch v. da rum. Aha. Ich hab Schokolade. Ich kann das jetzt nicht mehr. Meine Fresse, Alter. Hey, sehr, Kitty. Immer wenn ich so mach, chat, ist es übertrieben. Bei mir im Kopf war der Platz gleich vor Dummheit. Wirklich. Es ist auch wieder kaum laut. Danke. Die Katze braucht meine Hilfe. Und meine Sanity läuft weiter. Ihr seht das hier genau unter mir. Das ist meine Sanity. Okay. Ist eigentlich Bier während der Arbeitszeit erlaubt? Ja, ein Kind wird vermisst. Mann, wie untypisch. Was eine krasse Geschichte. Das hab ich noch nie gehört in dem Spiel. Ach so, ich muss tatsächlich jetzt Hausarbeiten machen oder was? Hier, Hausmeister-Tätigkeiten. Oh mein Gott. Ja, ich hab doch auch nichts. Ich sag dir einfach, was passiert ist, damit du dich verpisst. Damit ich meine Ruhe... Telefon, hör auf! Goodbye. Verpest dich wirklich. Ich hab da gar keinen Bock drauf. Meine Fresse. Ey, was mach ich hier? Bruder. Hier. Mach das hier hin wieder. So. Es hört nicht auf. Was klingelt denn hier? Was? Was? Sag mir nicht, das ist das Gitter, wenn ich das nicht zumach. Ich mach mal die Lampen, Alter, ja? Ich weiß, was ich gemacht hab. Ich hab's gesehen. Warte mal. Wir testen das jetzt. Tatsächlich. Ja gut, es macht irgendwie Sinn. Weil sonst könnte der sich nicht mehr bewegen. Aber muss das so ein Geräusch sein? Junge, wirklich. Du hast nicht mal Animationen eingebaut. Ich kann das alles nicht mehr, Leute. Das ist zum Kotzen. Was war das? War da gerade ein Vieh? Ist doch super. So. Ähm. Gut, hier können wir... Ich klopf mal vielleicht. Das ist ja blöd. Gibt's einen Moment, da muss ich mal kurz rübergucken, ob ich auch wirklich aufnehme, weil ich das nicht nochmal erleben möchte. Ist vielleicht hier jemand? Ja, natürlich nicht. Na, Miss Kriva? Wir fahren mal in Zweite. Gucken, was hier so geht. Es gibt also noch ein Treppenhaus. Wir können höher als die zweite, ja? Das ist geil. Das fühle ich. Woher habe ich einen Schlüssel? Achso, habe ich abgeschlossen jetzt. Stark. Was sagt denn bei Diarrhea? Mhm. Mann, 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 Mann. Ich hoffe, ich kann nicht überall klopfen jetzt. Das funktioniert nicht. Ich hoffe, das Game kostet neun. Bin mir gar nicht sicher. Ja. das ist ja stark so, da die Tür gerade dazu ging mysteriöserweise durch ein Kind werde ich da nochmal reinschauen jetzt weil ist ja wichtig so zack die Bohne mit dem Boden lalalala 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 boah, Junge so viel so lang fahre ich keinen Fahrstuhl na, alles wieder gut hier? was lesen sie denn? wie man richtige Frisuren macht? Entschuldigung, hat nicht geklappt ja ich würde auch gerne mal eine Kaufempfehlung ausgeben aber kann ich nicht vielleicht das Autospiel vom letzten oh ja man mann pssst hey hä? hallo ma'am ich hab ne Idee wer hat mich denn da gerade angehäht? hier, dann nimm das doch auf ich muss den Müll einfach rausbringen, oder? ich liebe solche Games die machen Sinn auch für mich auch dieses Geräusch ich würde sagen, da ist Glas drin Glasreiniger da, 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 da da, da, da äh, ladeanimation da gibt's hier Müll einmal in den Saftladen ja happiness comes from the simplest things in life a task well done ich raste da hier aus ich speicher mal, ne? so, na was geht ab, Bruder? next day available sehr gut und wie starte ich das? den nächsten Tag das werden wir niemals herausfinden weil ich dieses Drecksspiel auf gar keinen Fall mehr spielen möchte absolut keine Kaufempfehlung bitte folgt mir auf Twitch twitch.tv slash 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 seelenlos und danke fürs Einschalten danke für jeden Kommi und jeden Daumen denn das betätigt den Algorithmus YouTube soll nach oben und das kann ich nur mit euch viel, viel herzlichen Dank bis zum nächsten Drecks Neuheitsspiel fuck geht das an meine Nerven Mh 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 Vielen Dank.